Evian-Le-Bains ist eine französische Gemeinde im Departement Haute-Savoy in der Region Rhone-Alp. Sie liegt am Südufer des Genfersees und hat 8.675 Einwohner. Evian ist die Hauptstadt eines 15 Gemeinden umfassenden Kantons und ist vom See und Bergen umgeben. Auf dem Gebiet der westlichen Nachbargemeinde Publir wird das weltbekannte Evian-Mineralwasser abgefüllt. Geschichte Evian trug früher mehrere Namen wie Aquianum, Aquiano, Iviens, die bereits auf das Wasser hinweisen. Der Ort wurde im 13. Jahrhundert mit dem Bau einer Burg durch Graf Peter II. von Savoyen zur Stadt ausgebaut. 1789 wurde die Heilkraft des hiesigen Wassers entdeckt und es begann das Bäderzeitalter. Badeanstalten entstanden ab 1824, 1860 kam Evian zusammen mit dem Rest Savoyens an Frankreich, 1864 wurde der Ort in Evian-Le-Bains umbenannt. Ab 1869 wurden Trinkhallen, Hotels und ein Casino errichtet. 1878 erhielt das Mineralwasser auf der Pariser Weltausstellung eine Auszeichnung und wurde so weltweit bekannt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war Evian Treffpunkt der Hotel Folie aus aller Welt. Dies zeigte sich auch im Betrieb einer Standseilbahn, die 1907 errichtet und 1911 bis 1913 verlängert wurde. Sie wies im Vollausbau bei etwa 750 Meter Länge neben den beiden Endstationen vier weitere Haltepunkte auf, von denen zwei jeweils einem Hotel gehörten. Der Betrieb der Farnikuler endete 1969 und wurde 2002 nach umfangreichen Renovierungsarbeiten wieder aufgenommen. Die Bahn verkehrt von Mitte Mai bis Mitte September, ihre Benutzung ist kostenlos. Konferenzort vom 6. Juli bis zum 15. Juli 1938 trafen sich hier auf Einladung von Franklin D. Roosevelt die Vertreter von 32 Staaten, um Übereinwanderungsquoten und mögliche Zufluchtsgebiete für jüdische Flüchtlinge aus dem Deutschen Reich zu beraten. Diese in den Geschichtsbüchern als Konferenz von Evian bezeichnete Zusammenkunft konnte sich nicht auf Einwanderungserleichterungen einigen. 1962 unterzeichneten Frankreich und Algerien das Waffenstillstandsabkommen in Evian, das den Algerienkrieg beendete. 2003 fand hier ein G8-Gipfel statt. Verkehr Durch die Stadt verlaufen unter anderem die Departementstraßen D24 und D1005. Der Bahnhof liegt an der Bahnstrecke Lyssaint-Gingolf und wird von den TR Rhone-Alp bedient. Während der Wintersaison verkehrt zusätzlich ein TGV in Richtung Paris. Sport Es gibt einige Golfplätze in und um Evian lebe ins. Jedes Jahr findet hier ein professionelles Frauengolfturnier, die Evian Championship, statt. Der französische Fußballverein FC Levian Tonon-Galliat hatte früher seinen Sitz in der Stadt, ehe er nach Tonon-Lébeins umgezogen ist. Levian-Lébeins ist das Quartier der deutschen Fußballnationalmannschaft während der 2016 in Frankreich ausgetragenen Europameisterschaft. Städtepartnerschaften Neckargemünd, Deutschland seit 1970 Benny Kassem, Spanien seit 1994 Izumo, Japan seit 2002 Söhne und Töchter Marc Frangina, französischer Politiker Galerie Galerie